Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Montag, dem 25. April 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily, 1100 und da fehlt eine Nummer, 84, 87 sind wir schon, genau. Heute haben wir die folgenden Themen. My Business, Google Messages, Huawei Mate X, S2, dann Acara, Pixel Watch und Little Signals. Ich starte bei diesem eher Google-lastigen Episode gleich mal mit dem Google My Business App oder dem Manager oder doch die App dahinter. Denn die gibt es seit knapp acht Jahren und damit ist nun Schluss. Google begräbt wieder mal eine App. Der Grund ist einfach, Google sagt, man könne das Ganze ja, also das Unternehmensprofil, denn die App nutzt man, wenn man ein Unternehmen hat und da seine Daten besser und genauer und sauber eintragen möchte, direkt zukünftig in der Google Maps App tun könnte. Das bestärkt die Intention und die Beobachtungen, die viele Leute in letzter Zeit hatten oder in den letzten Jahren hatte, dass Google mit Google Earth, besser gesagt mit Google Maps, einen ganz grossen Crew vorhat und das eben alles mehr zentralisiert. Wir werden mal schauen, was da noch alles so kommen wird. Wer ein Android Smartphone hat und dessen Akku schneller leer ist als auch schon, der nutzt eventuell die Google Messages App. Wenn ihr das tut, dann schaut sie euch mal an. Da soll es bald ein Update geben, denn die App hat einen kleinen Fehler drin. Der Fehler bewirkt, dass der Akku sehr schnell leer wird von eurem Smartphone. Was könnt ihr tun, bis das Update kommt? Entweder entzieht ihr der Google Message App die Kamerakonnektierung, also die Möglichkeit, auf die Kamera zuzugreifen und oder ihr macht nach dem Benutzen der App den Kill Switch, also haut die App aus dem App Switch raus und schliesst sie hart. Warum ist der Akku so schnell verbraucht? Ja, Google hat einfach ständig auf eure Kamera zugegriffen und somit dann natürlich auch das Gerät schnell leer gemacht. Anscheinend soll diese Woche noch, am 28. April, aber wahrscheinlich eher in China, das Huawei Mate XS2 vorgestellt werden. Was ist das? Das ist das Foldable von Huawei und das klingt sehr spannend. Harmony OS und eben, man will einiges überarbeitet haben. Ich würde mich ja riesig freuen, wenn das Teil dann auch auf den Schweizer Markt kommen würde, nicht wie sein Vorgänger. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wie gesagt, weil mir hat das Vorgängermodell sehr gut gefallen. Dann gibt es Neuigkeiten von Acara. Wer die Sensoren nicht über Apple HomeKit oder Amazon Alexa nutzt, der hat keine Möglichkeit, Geofencing zu nutzen, denn das hat nie wirklich funktioniert in der App. Anscheinend kommt mit der Version 2.5.0 in der Android-App und später auch in der iOS-App bald auch die Geofencing-Geschichte mit rein. Es wäre zu wünschen für all diejenigen, die Geofencing direkt in der Acara-App nutzen. Meiner Meinung nach, wenn ihr einen Apple HomeKit Haushalt habt oder Amazon Alexa nutzt, bindet die Sensoren da ein, dann könnt ihr auch so auf Geofencing zurückgreifen. Und es bekommt kein chinesischer Anbieter eure Geolocation mit, sondern Apple oder Alexa in dem Falle. Weiter geht es mit schon wieder Google. Genau, die Pixel Watch. Jetzt sind nicht mehr Renderings aufgetaucht, sondern erste echte Bilder. Was ist passiert? Ein paar Entwickler haben anscheinend so eine lustige Pixel Watch in einem Restaurant vergessen. Ach, kommt schon, liebes Google. Das ist doch nicht euer Ernst. Das hat Apple irgendwann vor vielen Jahren schon mal gemacht. Und ja, was ist neu? Ja, die Uhr ist tatsächlich runder als rund und auch bucklig und rund oben und rund unten und rund eigentlich alles. Schaut sehr spannend aus. Bin gespannt, wie sich das am Handgelenk anfühlt, dieses runde Teil und vor allem, wie es sich bedienen lässt. Und wie stark, ja, ich bin müde, Entschuldigung, wie stark das Bild auch zeitlich in der Wölbung mit angezeigt wird. Ich denke mal eher nicht, weil Bilder, sprich Betriebssystem, zumindest schaut so aus, als wäre kein Betriebssystem auf diesem Dummy installiert, was da rausgekommen ist oder gefunden wurde, besser gesagt. Was aber zu sehen gibt, ist, dass es auch so Dock-Connector-Geschichten gibt, wie man es von Apple zum Beispiel hier kennt. Das heisst hier, im Gegensatz zu anderen Wear-OS-Uhren, wird man nicht auf traditionelle Armbänder zurückgreifen. Es scheint ganz so, als hätte Google da den Apple-Weg gewählt und würde da eben die Möglichkeit nehmen, fremde Armbandhersteller mit einzubinden. Und oder sie haben dann auch so ein MFI oder eben MFG-Programm, wie auch immer man das dann nennen wird. Ich bin gespannt und noch mehr gespannt bin ich, ob da auch zusätzliche Hardware mit angebunden werden kann. Weil man kennt es ja zum Beispiel oder kannte es früher von Samsung, die hatten ja da die Möglichkeit mit einer Kamera im Armband und solchen Geschichten. Wohl eben Sinn und Unsinn, aber lassen wir das. Sinn und Unsinn ist ein gutes Stichwort zu unserem letzten Thema, Little Signals. Google ist wie viele anderen Firmen stetig am Rumexperimentieren und versucht neue Geschichten. Und wir alle kennen es ja, diese ganzen Erinnerungen, egal ob angekündigt über Vibration, über Bim-Bim oder sonstige Töne und so weiter. Oder ja, das geht dem einen oder anderen auf den Sack oder man hat eben zu viel dessen und dann geht auch schnell mal was unter. Sie haben sechs unterschiedliche Gadgets rausgeknobelt, die euch helfen sollen, euch an Dinge zu erinnern oder eben Dinge zu erledigen. Was auch immer. Schaut euch im besten das im daily.geekdog.ch und oder im Podcatcher eures vertrauenshinterlegte Link anzuklicken. Da kommt ihr gleich zum Google Little Signals Video, das euch aufzeigt, was die kleinen Gadgets dann in eurem Haushalt für euch tun sollten. Ich finde es sehr spannend. Ich hätte am liebsten, so, nee gut, vier davon zumindest, hätte ich gerne bei mir. Ich hätte Freude daran, aber es ist natürlich auch ganz viel spielerisches Zeugs mit dabei, würde ich mal behaupten. Das war's mit den heutigen Themen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in diese neue Woche. Es ist ja die letzte Woche vom April. Der Monat ist auch schon wieder fast rum. Euch, wie gesagt, erfolgreichen Start und wenn ihr mögt, bis bald schon wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.